Hallo Leute, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und ich möchte euch erzählen, dass ab jetzt AWH Movie Freie Presse aus NRW für mich die Werbetrommel rührt. Ich bin froh und dankbar und bin gespannt, was der liebe Armin für mich zaubern wird. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle und euch alles Gute. Ciao. Wow, ja, mache ich, liebe Trish. Trish Galore, ja, ich habe sie gerade bekommen, die Bilder. Darf ich vorstellen, Trish Galore, eine Autorin, muss natürlich richtig hoch halten. Gerade frisch, frisch aus meiner Presse, die Bücher. Ja, ich stelle Trish Galore vor. Das werden, also das wird das Schaufenster werden. Mal schauen, was die Kunden dazu sagen. Mal schauen, was die Kunden auch zu den Büchern sagen wird. Ja, als Filmemacher werde ich mir natürlich diese Bücher anschauen und werde mir mal das Kopfkino durchgehen. Trish Galore. Ja, wie gesagt, das sind nur so die Ankündigungen. Ich werde also die Werbetrommel hier vor Ort rühren. Deswegen habe ich ja die ganzen Bilder schon gemacht. So, schauen wir mal an, ey. Trish Galore, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht nur exzellent anzuschauen, die breit sind, erotisch. Sie schreibt auch Liebesromane der anderen Kategorie. Liebesromane zum Nachdenken. Für alle, die Liebe anders sehen. Und mit der Liebe komplett anders umgehen. Ja, das ist Trish Galore. Ja, wo will die Autorin hin? Die Autorin möchte hin, um schöne Bücher zu schreiben. Diese Bücher Menschen zu geben, die Lust haben zu lesen. Ja, denn die Zeit wird ja immer elektronischer. Wer hat denn auch Lust zu lesen? Die meisten Kunden hier, auch im Medienhaus, die Künstler aller Sparten, sind immer auf der Flucht. Und meistens nicht im grünen Garten. Der Garten draußen ist leer, weil kaum einer sich niedersetzt und ein Buch liest. Alle haben die elektronische Welt vor sich. Und darum werde ich als Filmemacher mir das mal anschauen und denken, vielleicht lässt sich ein Buch verfilmen. Wer weiß. So, das war die Kurzanweisung. Denn ich habe mich zu bedanken bei Trish Galore. Sie hat eine wunderbare Ansage gemacht. Jawohl. Der Medienkanzler, Aria Mubi, Freie Presse wird darüber berichten. Sobald die Bücher hier eingetrudelt, werde ich sie euch nicht nur vorstellen, die Bücher, sondern auch zeigen. Und hier ausstellen, ja, und mit den Kunden darüber philosophieren, aufzeichnen, ja, und über die Bücher sprechen. Und einige sicherlich mal als Buchlesung hier in die laufende Kamera einführen, worum es überhaupt geht in den sogenannten Liebesromanen. Wer liest denn heute so gerne Liebesromane? Was ist denn überhaupt Liebe? Liebe, kann man Liebe kaufen? Ist das Liebe, wenn man es gekauft hat? Ja, da kann man so viele, viele Fragen stellen. Und wir haben sicherlich nicht die Antwort darauf. Trish Galore. Und wir haben sie nicht die Antwort darauf. Darin kommt gerne hier mit. Nach Bart Gaspersen...